Jüngst bekam ich mal wieder Post von einem Leser. Er hatte mein Buch Geldsägen auf Bestellung gelesen und war hellauf begeistert. Ich zitiere mal. Zu Beginn dachte ich, das sei wieder so ein 0815 Buch, jedoch bei genauerem Lesen war ich entzückt. Sehr verständlich und seriös. Mal keine Märchen von 600 Euro pro Stunde im Casino. Vor allem die einfachen Techniken, ohne großen Kostenaufwand Geld zu verdienen, haben mich voll überzeugt. Der Mann hatte es begriffen. Während viele über den Teuro jammern und über die schlechten Zeiten nörgeln, hat er angefangen, die Ärmel hochzukrempeln. Und nur so schafft man es wirklich, beträchtliche Mengen Geld zu machen. Wollen Sie das auch schaffen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Geldsägen auf Bestellung. Ich verrate Ihnen Unmengen an Tipps, wie Sie legal, rasch und komfortabel an frisches Geld kommen. Egal, wie die aktuelle wirtschaftliche Lage sich gerade gestaltet. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Konex